Einige Eltern stellen folgendes Phänomen bei ihrem weiblichen Säugling fest. Wenige Tage nach der Geburt kommt es zu einer vaginalen Blutung. Man fragt sich natürlich berechtigterweise, ist das normal, ist das schlimm oder auch könnte das eine Menstruationsblutung sein als Baby? Diese Fragen klären wir in diesem Video. Und die Antwort auf die Frage, ist das normal, ist das schlimm oder ist das die Menstruationsblutung, ist ein klassisches ärztliches Jein. Ja, es ist eine vaginale Blutung. Warum es dazu kommt, erkläre ich gleich. Und nein, es ist nicht die klassische Menstruationsblutung. Es ist eher eine Hormonentzugs- oder auch Abbruchblutung. Denn, wie wir ja alle schon von diesem Kanal wissen, führt ein Hormon dazu, dass Gebärmutterschleimhaut ordentlich aufgebaut wird. Das ist das Östrogen. Säuglinge können noch nicht so viel Östrogen bilden. Ein wenig, aber nicht in genügenden Mengen und vor allen Dingen nicht in diesem zyklischen Geschehen, wie es bei erwachsenen Frauen der Fall ist. Heißt also, dass diese Östrogene, die ja offensichtlich bei dem Baby auch zu einer Gebärmutterschleimhautbewucherung führen, irgendwie von der Mama kommen müssen. Das macht ja auch Sinn. Denn erstens bildet die Mama in der Schwangerschaft wahnsinnig viele Hormone, vor allen Dingen auch Östrogen. Und der mütterliche Kreislauf ist mit dem fetalen Kreislauf verbunden. Kind kriegt also auch Östrogene von der Mama ab. Und bei weiblichen Säuglingen kann es dazu führen, dass in dieser kleinen Babygebärmutter auch schon Schleimhaut aufgebaut wird. Fällt jetzt diese Östrogenzufuhr weg, wenn nämlich die Nabelschnur irgendwann mal gekappt ist, kommt es zu einer Hormonentzugsblutung. Ganz ähnlich wie beim normalen zyklischen Geschehen oder aber auch wie beim Pilleabsetzen. Die Blutung, die dort stattfindet, ist also eine Hormonentzugsblutung. Und ja, es ist Gebärmutterschleimhaut. Aber nein, es ist nicht die Menstruationsblutung. Und vor allen Dingen, das ist das Wichtigste, es ist ein ganz normaler Prozess, der auch gar nicht so häufig vorkommt. Daten zeigen, dass ein bis zwei Prozent dieser weiblichen Säuglinge betroffen sind. Du solltest also erstmal Ruhe bewahren, abwarten. Nach ein, zwei Tagen ist es meistens schon wieder vorbei und gar nicht weiter dramatisch. Sollte natürlich die Blutung anhalten oder verstärkt sein oder noch stärker werden, dann solltest du natürlich mit deiner Kinderärztin, deinem Kinderarzt oder am besten noch den Kindergynäkologen Rücksprache halten. Aber in den allermeisten Fällen ist das wirklich nichts Dramatisches. Und du weißt jetzt, ja, Babys können vaginal bluten. Und nein, es ist keine Menstruation im klassischen Sinne. Untertitelung des ZDF für funk, 2017